Wir haben einen Anrufer mit Infos zu den Chemieangriffen. Er will nur mit Ihnen sprechen. Identifizieren Sie sich. Mac, hier ist John. Wir mussten diese Woche viele Namen an den Kircht umschreiben. Es war Makarov. Der Bastard ist mir in Sierra Leone durch die Lappen gegangen. Was weiß der MI6? Du stehst auf allen Abschlusslisten, John. Ich kriege dich da auf keinen Fall runter. Das will ich nicht hören. Du schuldest mir noch was wegen Pripyat. Denk daran. Ruhig, Blut. Okay, wir haben den Frachter zur Einheit in Buzazo-Somania verfolgt. Jetzt fängt sie hier zum Lecken an. Sie hat einen schwierigen Kerl namens Warabi. So. Jetzt, ich hasse sie noch aus. Ich habe vorhin schon eine Aufnahme gemacht. Aber die war so wieder so verleckt, dass konnte ich so nicht weiterspielen. Und jetzt fängt sie auch wieder zum Lecken an. Ich glaube es nicht. Ich habe hier schon alle Hände voll zu tun. Bis auf sie hier allein gestellt. Viel Glück. So, weiter. Fangen wir mit dem Level an. Scheiß drauf. Ist mir scheißegal jetzt. Zurück zum Absender. 8. Oktober. 9.30 Uhr. So. Und wie jetzt fängt sie wieder zum Lecken an. Also fängt momentan nichts gut an. 8 FPS haben wir gerade. 7, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 4, 3, 2, 7, 5, 5, 7, 2, jetzt sind 20, 27, 25, ok. Jetzt sind schreitzen. Ja, ja, ja. So, wenn es wieder zum Lecken anfängt, dann habe ich keinen Bock mehr. Okay, na, der gehört zu uns. Die allerdings nichts. Hilfe, ich habe Angst. Nee, egal, ich habe Angst. Okay, 4, 4, 4, 4, 4, 4, erst mal einen sicheren Ort suchen. Ich glaube, jetzt ist es sicher. Und let's go. Let's killing a sum of enemies. Ich glaube, ich habe die Grafik jetzt optimiert. Ich glaube, ich habe die Grafik jetzt optimiert. Sniper? Russische Sniper. Russische Sniper. Vor meinen Genossen. Aus Moskau. Habe ich erfunden mit dem damaligen Erfinder Stalin. Berlin okay wo sind denn jetzt zu feiern Lieder die Worte den italienischen Akzent die italienische russen du stirbst und der und der mit seinem geschützt der mich gerade abknallt aber jetzt noch nicht ich verschone ihn jetzt momentan noch vorliegte auf die schon das kann jetzt ein kleines bisschen weh tut Granate Granate ich mag keine Granaten Granaten, 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 oh ne zum Beispiel wieder hier alles noch nicht von vorn wo liegt denn die Dragung noch was sind das PKP Pech Pecheneck ging irgendwie also sie hat dich aus dem Weg du bist in meinem Revier du hast keine Genehmigung dafür ey man schießt sich auf seine Homies Jo das sind alle meine Homies also auf jeden Fall läuft es viel besser als vorhin ich hätte meine Klappe halten sollen mit Pfingst zu lecken an weil vorhin nicht das mit 2,3,4,8 Frames pro Sekunde das war ein Albtraum wie im letzten Level ich bin mir sicher ich bin mir sicher ich bin mir sicher ich muss mir einfach immer immer ins Gesicht immer ins immer immer sagen ich muss mir immer sagen dass es sich ist dann fühle ich mich auch sicher der jumpt natürlich von Haus zu Haus wie wo kommst du denn her ich wollte gerade den Vergleich anstellen und du störst mich dabei schäme dich was Granaten ich glaube wir gehen nur auf mich los kann ich steigen ist dir sicher? ich hab da gerade Angst sehen ach jetzt läuft es viel besser du kann ich spielen also so ist es super mit 30 FPS ist es super jetzt haben wir sogar 40 kurz gehabt also 30 sind ok 20 sind naja 10 sind scheiße und alles unter 10 ist Katastrophe so ok wen können wir jetzt? Hallöchen was machst du? ha 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 sterben tut er ach das kenne ich das bin ich auch schon einmal halt nein quatsch wir spielen ja gar nicht echt so uuuhh fail na schade dass wir die Takunloff nicht mehr haben und Headshots und kein Headshots schade was denn das für ne Waffe naja besser ist ne Dessertiegel würde ich sagen leeeeeek jetzt haben wir sogar 47 FPS wow da ist ein Geschütz da oben vielleicht soll ich sein mit einer Blende ablenken warte ich hab da irgendwas auf der 4 was ist denn das? ach so Luftangriff ok wie meint ist jetzt komm fahr ein bisschen weiter vor soll ich knall dir aufm Haus ab gestörn mich mehr nicht ich hab mich erwischt danke danke Nikolai so hab ich schon erledigt oh die ist gut die Waffe sag mir mein Gefühl mein nicht vorhandener Multiplayer mein nicht vorhandener Multiplayer mein nicht vorhandener Multiplayer äh Gefühl die Somalia Flagge was für ein Geschütz ich versteh gar nichts mehr das ist ein Fernling geschützt das sagt mir gar nichts das muss geschützt werden Но warte also ich glaube es habe ich schon gemacht woman wait wir sind 30 bis 20 fps auf die Ecke nachrichten Es sind 16 Also ich darf immer einen Blick auf die FPS anzeigen, jetzt sind wir bei 25 im Grünschnitt Hey da schauen sie welche Fußball, wer spielt denn? Schauen wir mal ein bisschen Fußball, ne? Scheiße, jetzt leckt's Okay Somalischer Fußball Aha Aha Die Empfang ist aber nicht so besonders gut, oder? Und! Und! Er passt! Und! 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 Und was macht er? Oh, ausgetrickst Und... Oh, das war knapp Okay, das wiederholt sich wahrscheinlich anscheinend immer wieder Was ist das? Habt ihr ein Bier dabei? Ne, aber Kippen habt ihr dabei Boah, was habt ihr denn da für Kippen? Jetzt leckt es auf einmal so sehr Ich bleibe jetzt so lange in diesem Raum, bis es nicht mehr aufhört zu lecken Ich glaube, jetzt ist es auch so weit Bravo Heinz, in Position gehen Boah Ich bin wie ein Ninja Wenn ihr mich seht, versteckt ich mich und knall euch ab Wenn ihr nicht damit rechnet Wobei Ninjas gar keine Pistolen haben So, und jetzt? Schau nicht so Hallo, ich bin der Arsch! Ich bin am Eis! Ich esse gerne Eis! Ja, ich bin der Sarab, ich bin einmal fürs Gesterben und habe zwei Endbosse gegillt Okay Ist er wieder eine Geißel oder sowas? Was heißt entfangen? Soll ich den killen? Hat er eine Shotgun Hat mir ins Hirn geschossen Toll Der Mann, der nicht bereit ist für etwas zu sterben, ist nicht überlebensfähig Aha, aha, aha Okay, nochmal Und So, erstmal die Nervensegen killen, die mich killen könnten Der, der da, der da Und äh Gasmasken auf Oh, er spielt auch Fußball Ich wusste gar nicht, dass du Fußball spielen kannst, dreiß Das ist voll Lass ihn doch in Ruhe Nur weil er schwarz ist Schieb mich doch nicht weg, Sau Stopp Ey, ihr killen doch nicht, Mensch Du Rassist Preis ist ein Rassist, ich nenne ihn jetzt Preisist Muss ich mir jetzt angewohnt, ich sage jetzt Preisist zu denen Das ist ein Rassist, ich nenne ihn jetzt bei mir Städter Bedevors, Somalia, ach wie schön Bedevors, ah, sag- und aus dem Gabstein Bedevors, Somalia und dann so Grabstein nehmen an Das wäre echt rassistisch Er hat die Wahrheit gesagt, ich verwende mal aufs Leben Natürlich muss es jetzt dazu kommen Wartet doch! Reicht! Kann ich nur durchschießen? Ja, ich kann nur durchschießen. Cool. Oh, sorgt mir leid. Absicht. Da ist wieder der Rassist. Seid sie da! So, was sind sie denn? Ich sehe hier Patronen, die geschossen werden, aber ich sehe hier keine Gegner, bis auf diesen einzelnen hier. Meine Stimme fängt ganz einfach an zu verkrampfen. Ich muss gleich ruhig nach dem Paar das trinken. Was? 10 Uhr? Sack. Sack Ost-West. Wir haben hier ein schönes Radar hier ganz unten rechts. Also sagst du nicht Osten oder Süden oder was weiß ich. Green Knight. Ach, der schießt da wie ein Verrückter. Und es lagts auf einmal. So, stirbt. So, stirbt. Und, äh... Der geht... Ja, der geht zu uns. Und, äh... Lebt uns noch jemand? Der hier lebt doch, okay. Er steht da? Nova... Ice Cream... Stereo... Oh, fuck! Countdown! Scheiße! Sag doch, dass ich da... Sag doch, dass da welche kommen. Aber die brüllen ja ständig. Wie soll ich da was unterscheiden können, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Na toll. Wir sind wieder hier. Jetzt schmeiße ich einfach Granaten rum wie ein verrückter. Danke, 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 danke. Hier ein paar... Geschenkpakete für euch, ein paar Carepakete. Ich weiß, bringt zwar nichts, aber es mir egal. Ich... 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 Ich tue halt gerne ein paar Leute blenden. Ich muss jetzt eh irgendwie los wenn die Granaten... Boah... Ich schicke mich aber so... ...blecky. Ah! Warten! Warten! Gegner? Nein, das ist nur der Prassist. Neee! Ach nee, ich hasse nur Countdowns. Naja, wir haben Zeit. Die Countdowns von Call of Duty sind ja meist sehr sozial gelegt. Oh, der gehört zu uns. Wir sind fast gekillt. Da oben, der knallt wie ein Verrückter. Und hat nicht noch mal eine Deckung. Wir haben Zeit, zweieinhalb Minuten sind noch eine Menge Zeit. Wir sind auf dem Weg. So, okay. Go, go, go. Rennen, renn, renn. Run for your life. Warte, lass mich erst mal nachladen. So, jetzt können wir weiter vorstoßen. Oh, da, da geht's lang. Nee, keine Ahnung. Wo geht's hier lang? Da hoch? Da hoch vielleicht? Was passiert, wenn der Countdown abgelaufen ist? Was passiert, wenn der Countdown abgelaufen ist? Ist dann das Kind geboren von deiner Mutter? Hu 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 hu. das war ein Reflex gerade dieser Messerstich, das war ein Reflex! Jetzt rennt doch schneller, Mensch! Ich bin doch schon die ganze Zeit hier! Jetzt rennt doch schneller, Mensch! Ich bin doch schon die ganze Zeit hier! Drastist! Jetzt alle während der Zeit abgehört! Na ja, eine Minute! Wir haben noch eine Minute! Das macht hin! Hey, wieder! Fußball! Wir gehen so lange, oder? Ich sehe gar nichts! Uh! Ach, scheiße! Es muss das Haus wieder verlassen! Hier geht es weiter! Uh! Ich sehe es! Ich sehe es! Der Kautorin von Kolokyte ist nicht auffiziell gelegt! Ich habe mir jetzt extrem viel Zeit gelassen und bin trotzdem noch in... ja, in vorhanden Zeit mit angekommen! Oh, prassist erwischt! Na ja, gut! Jajaja! Jajaja! Oh! Stop! Ich habe Stop abgeknallt! Boah, bin ich ganz cool! Sie schaffen nur wenige! Wir fressen uns ohne Nikolai! So, ich, ich da noch jemand? Ne, doch, doch, da war noch einer. Aber die sieht man auch schwer, weil die ist im Dunkeln, ne? Schwarze sieht man im Dunkeln nicht besonders gut. Es geht weiter, äh, ja, mir ist die Aufnahme abgestürzt, weil der Speyer voll war. Und wir sind in einem Sandsturm angelangt. Hey, Rassist, was geht? Es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Es ist ein neuer Tag und ein neuer Tag ist ein neues Glück und ein neues Glück für eine gute Aufnahme. Ja, ich glaube, das Level müsste auch bald vorbei sein. Weil ich glaube nicht, dass es so lang ist. Wir sind ein Kilometer weiter südlich. WAH! Die Effekte sind so cool, die Lichteffekte. Sieht man nicht einmal die Hand vor seinen Augen. Oder sein Gewehr. Ich sag jetzt mal bewusst Gewehr. So, ich hab's abknallen. Mach' ich einfach mal just so fahren. Das war einfach. So, und jetzt? Captain Price, wir sind bei Nikolai. Stehen aber unter schmierendem Schuss. Durchhalte, wir sind fast da! Sie wollen wohl zu Nikolai! Erledige sie! Ihr versucht euch jetzt nicht etwa zu flüchten, oder? Bleibt doch ein bisschen da, ich will noch ein bisschen Call of Duty mit euch spielen. Die haben gar keine Blendgrade mehr, sehe ich gerade. Naja, egal, das ist eh bis eh vorbei bald. Und auf einmal lagts nicht so extrem wie im letzten Part. Da läuft's sehr flüssig, keine Ahnung warum. Naja, ist gut eigentlich. Dann kann ich vielleicht sogar mehr noch aufnehmen. Vor allem kann man ja leicht erkennen, das sind einfach so die Licht... ...ja, Lichtdinger da, ne? Boah, das sieht mir ja überhaupt nichts. Bis auf dieses Licht. Scheiße! Aber nette Idee, so ein Battle in einem Samtsturm zu machen. Hab' ich einen Sniper? Nee. Liegt da vielleicht irgendein Sniper rum, dann kann ich vielleicht damit besser ein bisschen... ...agieren. Ego 2, wir haben Nikolai, wir sind unterwegs zum Evakuierungspunkt! Ausdrücken! Ego 2, wir haben den Evakuierungspunkt! Ego 2, wir haben den Evakuierungspunkt! Ego 2, wir haben den Evakuierungspunkt! Wo geht's lang mir? Der Typ ist saugend schwer! Sie sind direkt hinter den Kampf! Juri, da lang! Wir müssen weiter! Soll ich springen, oder was? Nee, ach so, ich dachte es wäre viel tiefer. Yay! Rutschparty! Wir müssen los, abholken! Ich wette, jetzt werden wir ver... Ja, natürlich! Natürlich werden wir verfolgt! Ich bin wohlgemariert! Wie kommen wir mitten in einem Krieg da hin? Okay! Aber ich weiß wer schon! Dann müssen wir zum nächsten Part! Wir wollen uns ab und damit... Tada ugh! Ja! Eli mal hyvä! Einmal gedraht!